Musik Das Fest der ungesäuerten Brote dauert sieben Tage. Und es beginnt mit dem Passafest, aber es gibt einen besonderen Tag, nämlich den zweiten Tag innerhalb dieser Festwoche. Es ist der Tag der Erstlingsfrüchte. Es ist ein ganz besonderer Tag, der in vielfältiger Hinsicht eine interessante Symbolik hat. Es ist ein Tag, der ein extra Fest innerhalb dieses Festzyklus symbolisiert. Das Fest der Erstlingsfrüchte. Und darum geht es im dritten Band meiner siebenteiligen Serie über die Feste der Bibel. Der zweite Tag dieser Festwoche, das Fest der Erstlingsfrüchte. Erstlingsfrüchte sind das, was zuerst wächst und was Gott dargebracht wird. Der erste Teil wird Gott als Opfer dargebracht. Das ist etwas sehr Interessantes, was, wenn wir im Alten Testament ein wenig uns damit beschäftigen, ganz oft in ganz unterschiedlicher Weise vorkommt. Es wird sehr viel von Erstlingen gesprochen. Und beispielsweise sagt die Bibel, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Der Erstling der Entschlafenen. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus. Jesus wird als Erstling bezeichnet. Warum? Weil der Tag dieses Festes ist genau der Tag der Auferstehung Jesu. An diesem Tag ist Jesus auferstanden. Es ist das Fest der Auferstehung. Es ist das Fest, wo wir wissen, Sünde, Tod, Teufel ist besiegt. Ist endgültig besiegt. Die Niederlage ist perfekt gemacht. Jesus ist auferstanden. Dieser Tag hat den Lauf der Menschheitsgeschichte völlig verändert. Es ist etwas völlig Neues geworden. Was vorher war, ist das eine. Aber mit der Auferstehung Jesu begann etwas vollkommen Neues. Es ist fantastisch. Wenn wir uns mit der Bedeutung dessen beschäftigen, was dieser Festtag und die Auferstehung Jesu für uns bedeutet, wird es uns unglaublich im Glauben vorwärts bringen. Deshalb lade ich dich eigentlich mit diesem Büchlein zu beschäftigen. Mit dem Auferstehungsfest, was wir hier feiern können und was Gott schon im alten Bund seinem Volk angeordnet hat. Den zweiten Tag dieser Passa-Festwoche, das Fest der Erstlingsfrüchte. Ich bin sicher, du wirst gesegnet werden und ich bin sicher, du wirst erkennen, was die Aussage dieses herrlichen Festes ist. Nämlich Gott hat mehr für dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017